Was sollte deiner Meinung nach die Gesellschaft für die Landwirtschaft tun? Also meiner Meinung nach sollte die Gesellschaft mehr die Landwirtschaft finanziell unterstützen und halt generell mehr Respekt vor der Landwirtschaft haben und ja, das wäre halt meine Meinung dazu. Vielen Dank. Was kann denn die Naturschutzstiftung des Landkreises Osnabrück für die Artenvielfalt tun? Die Naturschutzstiftung des Landkreises Osnabrück fördert auch private Projekte und unterstützt das Anlegen von Wühlwiesen, Streuobstwiesen und auch Heckengehölzen. Insofern können da Förderanträge gestellt werden, die dann eben von uns dementsprechend bezuschusst werden. Warum bist du heute hier? Ja, ich bin heute hier, um aktiv am Klimaschutz sozusagen beizutragen. Ich finde es persönlich wichtig, nicht nur Parolen zu schwingen und auch große Reden zu machen, sondern auch aktiv am Klimaschutz beizutragen. Und heute habe ich die Möglichkeit, das hier direkt zu tun und deswegen wollte ich mich hier auch mit engagieren. Danke. 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 abel.